Jetzt ist der Vollprofi Biersenkautomato vom Pit entwickelt. Ohne das Glück noch anstecken. Made in Germany. Das kann schon sein. Das ist wie das Made in Germany. Das ist richtig deutsch, weißt du. Das hieß halt, die Schwaben sind einfach die Diftelen. Der Pit ist auch bei Diftelen. Und rein über Mechanik, gell? Ja. Alles gesteuert. Alles rief hoch da. Ja, ja. Das ist jetzt gut. Das ist top. Jetzt kommt dann die Drehbewegung. Ist ja auch geil. Ein Schaub, das ist zu hartgeil. Das ist zu hart. Das hat mir auch noch ein Bier eingeschenkt. Aber das war gut. Aber super, gut. Aber das war gut. Ja, ja. Das kommt alles ein wenig an. Und gut ist es. Bitte an den Tisch 17 bringen. Ja. Ja.